Kannst du da mal vergleichen? Für die K-Büro Ja ja Kannst du da mal vergleichen? Kannst du da mal vergleichen? Wir sind hier im Dorfchen, das heißt sie können von links kommen und von rechts So wir machen erstmal ins Dorfchen rein Also da von links kann sie kommen Gucken sie sich gerne mal an den Felsen Und von vorne und vom Wasser aus Mach ich mal ins erste Haus Da ist jetzt nicht mal ein Licht dran Du bist hier vorne im Haus drin? Na hier an der Seite hock ich Wenn du reinkommst zur Seite hock ich an der Innerecke Ich geh mal hier in die Barracke rein Die kommen vom Wasser Ich mach die Tür wieder so Ich mach die Tür wieder so Geh mal hinten raus Ist da zwischen den Kopfhörern kein Unterschied mehr Ich geh mal hinten raus Bleib mal hinten raus an der Ecke Bleib mal hinten raus an der Ecke Ja ich seh schon in Was? Erder Minus Hab schon irgendeinen Erder ist schon weg Aus dem Leben geblasen Er hat direkt zu mir geguckt Das war aber nicht alleine oder? Du bist nicht Was ist dann? Ich war direktknowningsklasse Oder kann man Coco H"! Hier ist noch was. War der Pommes, Bruder? Nee, der irgendwo hinten draußen, wie es klingt. In die Richtung, wo du jetzt guckst, bin ich an dem Anhänger. Okay. Ich würde dir noch nicht lutschen. Nee, nee. Ich würde dir noch nicht lutschen. Ich würde dir noch nicht lutschen. Wie ist es? Das ist eine Paketzie, Bogo, die Före. der stück an der pommes budi bis klingt auf der anderen straßenseite auf der seite ich ausseilen das ist vorher Ich glaube, was hörst du die ganze Zeit, aber was ist eigentlich auf dich gehört? Du denn? Ja. Ich bin jetzt hier bei dir neben dem Gebäude. Da vorne war es erschossen. Ich weiß nicht, ob es das Gebäude war. Bei der Wände war das ziemlich schnell da, das Gebäude. Liegt genau rechts von der Pommesbude. Nein, dort, dort, bei dem roten Ding, dort, kaum davor. Da? War da doch weiter rechts? Ich glaube, weiter rechts war da. Ah, zwischen den Pommes... Ne, ist schon rechts, links von der Pommesbude liegt der. Da? Ja. Du bist hier vorne, ne? Ja, ich bin bei dir hier. Ok, ich geh vor. Geh mal gucken. Kommt was? Auf der Kreuzung, auf der Kreuzung. Beim Bus. Ah ja, das ist das Geh. Ok. Wir stehen die ganze Zeit gehört. Sechstens waren es schon. Oh scheiße, ich hab den Mist nie rausgenommen. Eiskalt aus dem Leben geblasen. Eiskalt aus dem Leben geblasen. Was? Hast du geguckt, ob eine Grafikkarte da war? Wo? In dem Haus rechts drin kann eine Grafikkarte hinten in dem Raum sein. Hier? Hier? Ne, 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 rechts. Rechts das Haus. Da? Ja, genau, genau. Gehst ganz hinter. Und gehst links rein. Da hast du eine Pappkiste. Die kann davor sein oder in der Pappkiste auf der linken Seite hinter dem Sofa. Ja. Da ist nichts. Ja, ja. Ist noch aktiv. Okay, ich geh mal in das erste Haus rein. Ja. Das rennt mich nicht. Ach, es wird trotzdem komisch, ne? Der kommt in die Ecke und sieht mich. Also guckt genau zu mir. Ich weiß nicht, ob du das geworfen hast, oder? Keine Ahnung. Ich bin genau gegenüber dem Haus. Hopp. Ist doch wie gesagt im Schumihall, oder? Hm, wird schon so. Das Rest haben wir ja genug, denk ich mal. Ja. Ja. Einen Tissen, ja. Okay, wo hin? Dann gleich querfeld ein würde ich sagen. Warte mal, warte mal. Ich guck erstmal hoch hier. Ist da oben, wenn er ist. Schaut mal nix. Okay. Ich guck nochmal hier in die Kiste. Wie geht's? Ich tu mich hier immer noch. Der ist noch da. Ich komm jetzt raus. Ja. Und dann hier rüber, querfeld ein. Ich guck mal wieder zu dick, alter. Was jetzt schon? Ja, ich hab so einen Trick 17 angewendet. Mit der Weste? Ja. Und mal das reinstecken. Nein, nein, hier, 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 hier. Ja, sicher. Guck doch mal 12.000 Kilo oder einer der Dinge. Das sind die SRS-Laufwerke. Hm. Ja, so levelt sie die ganze Zeit permanent stärker, Alter. Was glaub ich dat? Was zieh ich dat hier? Brauchst du was zu saufen? Ja, alles gut. Diesmal hab ich Reserv. Mal irgendwo im Ventus. Ich bin schon ein Stück weiter oben. Hör dich. Wie hier, ne? Du kommst genau auf mich zu. Ja, ja. Genau. Wird das Stuhl sie down? Ne, glaub ich nicht. Heißgebüsch, ey. Die Kiste ist noch zu, hat ja nichts zu sagen. Du musst doch irgendwie auf den Felsen dort rechts hoch kommen. Hab ich ja schon mal einen Router geschossen. Da warst du glücklich mit. Da war Floh auch mit. Okay, ne, ne. Ich hab mich schon drückwärts ran gedrückt. Oh. Warte, warte. Hier oben rennt was. Hier rennt was im Felsen. Rechts von mir oberhalb. Was ist mit dir ausgesehen? Rechts. Irgendwo da oben rennt was. Ich weiß nicht, ob es ist ein Sniper. Der kommt zu dir. Okay. Oder willst du das? Ne, 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 ne. Ich bin noch dazwischen. Das ist ein Spieler. Ich glaube, der wird runter. Ich sehe es nicht von hier. Ich schleiche gerade unten um die Ecke. Ich wollte mich gehört haben. Hier fest, alter. Kannst du runter gucken zum Felsen? Auch nicht, ne. Ich kann jetzt hier runter gucken. Wie du hoch kannst. Ja, ja. Ja, schon, 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 schon. Runter da oben. Warte. Der ist tot. Oder? Ja, ja. Mach er tot. Ich mach mal schnell mal jetzt. Hat dir da einen schwarzen Helm aus? Ja, ja. Das war der Typ. Das war der Typ. Vor allem, ah, ah. Ist er runter geflogen. Also, da liegen noch viele Haufen Leiche. Guck mal. Die wird da bestimmt weggewächst haben. Oh, da ist was. Das ist Stumi. Okay. Boah, jetzt kommt der goldene Schuss. Ich würde ihn da gar nicht killen. Ich würde ihn da gar nicht killen. Stimmt auch. Weil. Den killen wir gleich. Wenn du den so früh killst, dann kommt der scheiß Gavplay oder so. Ausgelutscht. Hast du auch recht, doch. Ich weiß nicht, ob er ein Trainer ist, aber ich glaube, ich höre dich manchmal. Ja. Ach, das hab ich eben gehört. Mach mal den weg voll. Aha. Dann lutscht ich den Typ und dann gehen wir erstmal auf den Felsen hoch. Ja. Checkt man erstmal. Ich hab mich nicht gehört, das. Ja, ich bin jetzt hier unten, wo ich nicht weggewächst hab. Okay. Die ist doch. Mach schnell. Und dann hoch. 28 schon. Sehr cool. SVDS. Was? Silence. Die Waffe ist gerade irgendwie in, ne? Irgendwie. Ich hab schon eine Zeit lang gar nicht gespielt, das Ding. Ich hab die Waffe gehasst, wo ich die Quest gemacht hab. 30 PMCs mit der scheiß Waffe töten, Alter. So. Hast du noch ein paar Kopfhörer? Nee. Was bist du denn für eine Scheiße, Alter? Ich bin viel. Ja, dann kommst du hoch. Ja. Okay, ich geh schon mal übersprungen. Eiskalt aus dem Leben, du Blasen, Alter. Da, H-Kopf hier setzen, oder? Oh, 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 oh. Immer nach hinten laufen. Also. Also. Das passt. Ja, wahnsinnig, ja. Ich weiß, die Gucken, der hat den Scheiß hier oben gelootet. Aber Struzi wird. Da wird doch was anderes geschossen haben. Du kannst aber doch... Ich hab' die nicht gespielt, ich glaube. Du kannst... Irgendwo kannst du hier auch hoch. Irgendwie. Warte mal, ich schwör mal. Uli wegwerfen. Ja. Hier liegt der Sniper. Okay. Was ist denn da drin? Vielleicht kannst du noch was aus der Wester rausladen. Kack-Magazine brauchen wir nicht. Okay. Komm mal hoch. Jo. Ich switch gerade noch was um. So, ist denn jetzt die Köpfe? Scheiß drauf. Wenn das hier da rannt. Ja. Wenn Struzmänner lebt, dann kann es sein, dass der Spieler gekillt hat. Der hat auf jeden Fall einen Spieler gekillt. Woll ich den weg machen? Kannst du? Kannst du? Dann möchten wir uns bloß bei einem mit runter machen, bevor einer lutscht. Wo ist der denn jetzt hin, Alter? Liegen wir wieder hier oben. Ah, dort unten. Dort unten rennt ein Guard. Ja, ich sehe ihn. Am Holzstaubel. Drett rein. Scheiße. Ah, der liegt jetzt wieder. Hä? Das sind mehr als wir noch nicht. Ja, der wird zur Seite rauskommen. Wer sind das, Alter? Da wohnt 300. Äh, 250. Das war doch Stutzmann, oder? Ne, ne, das war nicht Stutzmann, das war ein Guard. Oder der ist schon tot. Kann auch sein. Da, ich hab ihn da. Oh. Das ist ein Spieler, Alter. Der wickelt. Ne. Der rennt sich direkt. Gibt's da gar nicht, Alter? Ich hab die ganze Zeit drüber geschossen. Der ist auch eine Tür wieder hoch. Gibt's? Ja, getroffen. Tot? Nein, nein, nein. Der blutet bloß. Gibt's da gar nicht, Alter. So, rennt nach hinten. Gibt's da noch mal raus, Gaff? Tot. Irgendwas ist tot auf jeden Fall. Muss man nachklippen hier, die Scheiße. Heißt du, jetzt hat er noch auf mich geschossen? Laber doch nicht. Oder hab ich gegen Stein geschossen? Das kann auch wohl sein. Dann gleich mal nachklippen. Das muss auch nachklippen. Also einen hab ich gebummst, das war glaub ich ein Guard. Das wird so ein Rucksack, keine Ahnung. Strutsmann hab ich getroffen. Der hat geblutet. Ich weiß nicht wie viel... Ich will jetzt gleich mal abkacken. Ich weiß nicht wie viel mehr das sind. Also 300 hab ich drüber geschossen. Aus dem Holzhafen. Ich würd sagen, wir gucken noch mal ne Runde. Dann springt er nicht hoch. Ich will noch was minus. Boah, ich kann nicht hoch. Jetzt. Alter Schwede. Ich hab schon 43,8 Kilo ohne Rucksack. Ich muss erst mal ne Pille nehmen, damit der Full HD hab hier. Ich Full HD hab. Ja. Vielleicht hab ich schon Stein geschossen ab. Boah, da wärst du normalerweise erst schon geschossen worden. Boah, da müssen wir gucken. Ja, Strutsmann hab ich nicht. Oder der liegt da schon tot. Der wird an der Halle auch... Da bleibt. Hast du das gehört? Ja, der M700. Die sind mit dem Matic gehen jetzt. Ja, irgendwo bald hin. Deswegen würd ich sagen, wir machen schnell runter. Deswegen würd ich sagen, wir machen schnell runter. Ja. Wir wünschen die Scheiße weg. Wir pissen uns. Schauen wir mal den Backpack ein. 52 Kilo, ich hab dich gelockt. Schau unten? Ja. Ich stell auch mal kurz um voll HD. Ist doch ein geiler Fruch, aber der ist auch mal hier. Links. Etwas. Abfelsen. Kann da ein Scaff sein. Das wär der Scaff gewesen sein, der hinter der Felsen ist. Eiswurf. Schmerzocken rechts über der Flanke. Holzhauken möchtest du nicht machen? Dort kann Sturmi rumrennen. Warte mal. Ich hab wieder viel über. Ich muss noch nachfangen. Okay. 1,7 Kilo. Da. Ja. Ich hab ihn voll. Ich glaub Sturmi ist tot. Ich hab ihn nicht. Da musst du den Rest gegeben machen. Entweder hab ich ihn vielleicht oder ähm. Sag schnell. Der wurde schon gelegt. Kann auch sein. Nein, nein. Der rannte vorhin in der Halle rum. Den hab ich gesehen. Den hab ich angeschossen. Dann ist der da unten noch. Rechts. Rechts hinter uns. Was? Wo? Okay. Hab mich nicht gesehen. War genau der Baum da war. Hab zwar was gehört kurz. Was? Was war das denn alter? Er hat ein Paracord mitgebracht. Gap Player. Da ist ein Muni drin. Warte mal. Ja mal. Magazine würde ich mir nehmen. Wenn ich drauf. Ja sicher. Ja warum? Das ist bloß für den Notfall. Die passen nicht bei mir dran. Alter die sind. Die haben M855 ne? Ich weiß. Ich weiß. Aber besser als. Als dann manchmal gar nichts zu haben. Ja ist gut. Wie die nicht. Gut. Einfach nur als Reserve. Ja ist gut. Manchmal steht noch Scaff vor dir. Der hat mit Schweren. Ja. Manchmal ist jeder Schuss voll wert. Okay. Der M700 ist gar nicht weit weg. Ich glaube der legt Kreuzsturmi. Also ich habe eine Pille zu viel gefressen. Der wird irgendwann in den Felsen sein. Hinten wo das Wasser ist. Nee ich glaube der ist auf anderen Seite links. Oder auf der anderen Seite. Da wenn du vom Medic kommst. Ich versuche mal rüber zu lunchen. Das ist noch mal eine FHD Geschichte. Jetzt mal als Profitale. Ganz ruhig. Äh. Das war's für heute. Okay, ich gucke mal in der Richtung da drüben. Ich muss irgendwo hinter der Halle sein, in der Richtung war's. Ja, ne? Ja. So, ich geh mal einen Busch weiter vor, wenn ich näher in der Halle bin. Ich ruzie jetzt hier, jetzt bin ich gleich tot. Dann warte auf mich. Ich bin über der Straße ein Busch weiter. Dann läde doch mal, aber dann weiß jeder Schatz, dass du da bist. Ja, eben. Nicht, dass der Typ den Ding ins Arm holzt, weil er schon lutscht. Da war der Schuss zu weit weg. Kannst du die kleine weiße Hütte vorne sehen? Welche weiße Hütte? KM2? Ja. Wer rennt hier vorne? Ich nicht. Okay, der ist ein Spieler. Der rennt Richtung Skepphütten. Der ist eilig. Bei mir ist er gelaufen? Ja. Der ist eilig. Warte mal, hier hat sich da einer hingelegt zum Looten, oder? Hast du einen Blick? Nein, noch nicht. Bei mir lief hier gerade einer. Ja, ja. Der ist hier unten drin. Seppst du? Nee. Scheiße, ist damit noch alle. Irgendwas rennt? Unten, unten. Platz. Minus. Sehr schön. Das war der. Ich weiß nicht, ob der das war. Das war der, das war der. Ich habe den Helm gesehen. Hier ist nämlich vor uns einer lang gelaufen. Genau hinter dem Auto. Und dann wären wir aber weg, wo ich sie umgeschalten habe. Ja, ja. Das war der. Das war der. Da muss er hinterher losgerannt sein. Seht ihr, was der von den Knifter hat? M7-Monus? Nee. Der hätte auf jeden Fall auf dem Rücken noch eine Waffe. Ich gehe da mal gucken, ja? Ja. Ja. Der hat da unten was gelutscht auf jeden Fall. Muss das Gap-Player gewusst sein. Der hat das eilig. Der hat das eilig. Der war richtig dick, alter. Der hat sich auch extra hingelegt. Na ja. Der hat Sturmi gelutscht, der Wichser. Ich denke, wer der ist, alter. Guck mal, M7-Monus ist auch noch dabei. Ja, dann war das auf jeden Fall der M7-Monus. Boah, die ist geschalldämpft. Ja, ja. Vom Spieler. Ich sag nur, da lacht die Spieler nur. Oh, ne Rohleiter auch nochmal. Ich weiß nicht, wie laut die M700 ist geschalldämpft. Dies. Das ist der aber. Ist auch noch laut? Ja, ja. Das war der. Der hat Sturmi gelutscht. Na gut, hast du einen Schlüssel? Ne, der Schlüssel ist nicht da. Muss ja nicht sein, dass er einen Schlüssel bleibt. Aber meistens, wenn ich den weggeknallt habe, hat er meistens eine Keycord gehabt. Das war der Schlüssel. Und das war das, was ich bete. Oh, das war das. Ich bete, Gott. Und das war das. Nein, nein, der hat da... oder doch, das kann auch sein, das kann auch sein, Stummi liegt da wahrscheinlich noch, oder der ist noch irgendwo da unterwegs. Ich glaube aber nicht, das war glaube ich, also Stummi liegt da glaube ich auch wohl. Gehen wir runter. Stummi ist das schon mal nicht. Stummi liegt da nicht rum, du. Ich krieg gern die Weste noch rein, ne? Hol' mal meinen Rucksack. So. Stummi liegt da nicht rum, du. Stummi liegt da nicht rum, du. Ja, doch. Okay, der hat einen Spieler bei den Bluten erschossen. Oder du hast einen Spieler erschossen, ich weiß es nicht. Das kann sein. Kann sein. Kann sein, ob er seitdem von Gordes gelegt wurde. Ja, kann auch sein. Stummi hat alles noch, Schlüssel alles. Ja, dann gönn dir. Good nice. Müsst. Das ist doch der Ding, der hat eigentlich gehabt. Der Magazin nimmt man mit, hat meistens die Gold nicht. Ja. Müsst du mal entladen? Der beste Waffe hat wahrscheinlich einen Gord gelutscht. Jaja, der hat mir überhaupt gelutscht. Jetzt haben wir ein Problem. Da liegt noch ein Spieler rum. Geh mal in der Box. Jupp. Scheiße. Eigentlich will ich mich hinlegen. Geht. Bist du am Stash? Ja, ich bin an der Küste. Okay. Ist eine MPX drin. Ich krieg ihn nicht mehr rein. Okay. Was? ich würde sagen dass wir weiter aus oder ich will die mpx reinzocken hat es wieder so nie rein so passt es rein wegen mir kann es losgehen was liegt ja das ist mir zu heiß der hat er nicht mehr der spieler hat auch nicht mehr er hat der scab player schon gelöscht ich habe in der halle ich habe hier noch etwas gelegt ich weiß ja wahrscheinlich ist das hier der hunter oh guck hier ist eine andere dabei hat das gefällt mir nur von dem guard gelöscht jetzt war dein guard das ist ein guard gewesen lieber die u-sequeste weg verfahren dass sie über ihre töte irgendwie rein staubeln und die mitnehmen die ist doch nichts wert war aber die nicht mehr wert probieren wir schmeißen deine körperer weg und die mit irgendwie nehmen sie sich nicht finde ich ja wird das scheiß magazin raus oder links erst einer leise ist du nicht mehr ne die redukte ich nicht rein ich überleg mal ob ich meine tech wegschmeiße kann ich das hier voll machen acht minuten ok nicht mehr die handel nicht mehr die 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 Alles gut. Wer ready? Ok. Wohin? An was dann? Ich wäre sonst nochmal Richtung Checkpoint. Checkpoint aus. Echt? hast du nicht mitzüben nein nein ich bin im arsch wenn ich jetzt klingelt ja jetzt nichts ich habe schon gleich bock auf impfen ich nehme propital rein ich bin links rüber richtigen bortsetziger also ich habe so viel übergewicht und das hier ein das kommt besser zeichnung ist glock und ach so müh wegen mir kannst du weitergehen Aber du kannst den nicht beeinflussen, wenn du das schaffst oder das schaffst Ich weiß nicht, wo ich mit dem Spiel angefangen habe Ich habe permanent nur auf der Fresse gekriegt Ich habe mich schon gar nicht mehr tagsüber reingetraut in das Spiel Ich habe nur noch nachts gespielt, wirklich Und dann ging es bergauf Einmal komme ich hier mit Steffen an, da komme ich aus der Gegenrichtung noch ein Player Da haben wir auch noch am Exit weggerotzt So Oh Oh, wie ein Hai, Mann, Alter, 77,5 Kilo Doch, ein Gerothoffsch weggewichst Ach Ach Da war das sehr Oh, wie ein Gerothoffsch weggewichst Ach Ach Ach